Cheerio, meine lieben Purzelhausener. Nein, ich will mich nicht einmal geschlafen legen. Willkommen zurück zu Littlewood. So, erstmal ein Kompliment wie immer. Das Übliche hier. Ah nein, 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 stopp, stopp, stopp. Heute wollte ja jemand anders mit uns abhängen und Holz schlagen. Ein Cabbage. Bitte. Langsam frage ich mich auch, ob ich den Job noch ernten sollte. Ja, die kriegst du nicht. Mhm. Ja, das letzte Mal haben wir das Hotel, das Hotel sei schön, das Museum mal ein bisschen erweitert. Ähm, du kannst mir eigentlich mal einen Bonus für Woodcutting geben. Mhm. Waren wir jetzt mit dem... Da ist er noch mal Buzi, 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 Buzi. Da ist er. Hi. Just this one's next time you will follow me. Na, schauen wir mal. So, das will ich noch ernten, weil die haben wir wenig. Guti. Dann reisen wir mal los. Ab zum endlosen Wald. Ja, davon haben wir wohl genug, glaub ich mal, ne? So, guten Tag. Ach. Wir wollen einmal Woodcutten. Bing. Ich weiß nur nicht, ob magisches Holz zum Beispiel wieder zu zählt. Er wollte ja fünf Dinger hocken. Deswegen... Jetzt einfach mal... Wirf mal normales Holz. Dann sollte es eigentlich klappen, ne? Ach, guck mal, es gibt sogar böse Bäume hier. Den hab ich noch gar nicht gehört gehabt. So. Ja, wir müssen jetzt Blumen sammeln für das Museum. So. Das haben wir auch noch mit hier. Die Wolle mit dem Baum. So. Ups. Ach, ich werde das so, dass man endlich ihn springen kann. Monarch. Irgendwie fangen wir hier noch Monarchen, ne? So. Blümchen nehmen wir auch mit. So. KRS. Mmh. Guck ich grad so ein bisschen um. Hier ist noch... Ein bisschen Holz. Zack. Hm. Das fangen tatsächlich nur Monarchen irgendwie. Uh, hier hat ni e so ne Karte. Ich mein zur No... Zur Not gehen wir gleich mal... warte mal das hier ja ich wollte verpenne ich immer weil die genauso aussehen wie die dingsbums für die hier die normalen muss immer daran denken muss eben darauf passen so ich würde sagen wir gehen zum dorf zurück um noch mal ein bisschen holz hier zu verarbeiten ja wir sind definitiv holz verarbeiten kommen wir leider nicht drum herum richtig schön ordentlich holz hier gebuddelt so nacht ob sie noch mal punkte gekriegt guten morgen willow steht hier schon wieder von unserer tür ich wollte erst mal ein kompliment machen ob das noch weiter geht hier mit dem gefühl jetzt also eine frage und das auch schon wieder tweet jetzt ohne auf so was willst du in reddish ich habe davon nur ein das mit das hier und wir müssen unser geld ja ausgehen das hört sich schon dran boh da we wo w we w we wo wo Das war's für heute. Geh ein bisschen an. ... 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 Bis zum nächsten Mal. Zitzen Zutaten wirzen in die Kirche. Zutaten wirzen. Zutaten wirzen. Wir werden in die Kirche geben. Zutaten wirzen. Zutaten wirzen. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020